Das ist ja garantiert irgendwo hier in der Nähe und dann finden wir eventuell auch gleich ein neues Fahrzeug. Man, hier sind ja viele Tiere. Ist ja schön. So friedlich hier. Sogleich darf wieder geballert werden. Ah, da müssen wir garantiert hoch, ne? Oder? Meine Güte, wie viele gibt's denn von euch? Also verhungern kann man hier garantiert nicht. Was läuft jetzt hier rum? Ach, ein paar Krabben. Na, find ich ja schön. Die Natur stört sich jetzt hier nicht an diesen Kriegsschauspielen. Sehen wir was? Wir sehen hier gar nichts. Komm, geh drauf. Kumpel, hä? So, nachladen. Wer ist hier noch? Wer will hier noch rumstänkern? Ja, ein Fahrzeug, klasse. Ich werd mir das gleich mal borgen, ne? Das fasse ich jetzt als Ja auf. Und nun... Ach, wir müssen bestimmt irgendwas hier mitmachen, ne? Benutzen, was benutzen? F? Welche... Ach, die hier. Du weißt schon, eine Granate vielleicht? Ne. Ach, eine Granate. So, weg hier. Yeah. Haben wir. Einsteigen. Ich find mal übrigens diese Kameraperspektive richtig gut. Das fä... Oh, nein. Ich will niemanden überfahren. Geht mal schön alle zur Seite. Ah, ich glaube... Ja, eins haben wir mitgenommen. Noch eins. Mist. Na ja, gut. Was essen die jetzt hier auch mitten auf der Straße? Ist ja auch ein bisschen dämlich, ne? Dafür konnte ich jetzt... Ah, nein. Es tut mir leid. Haut ab hier. Kommt, geht mal freiwillig da zur Seite. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Ah, fünf kleine Hühnchen hier ermordet. Na, tolle Sache. Und nun fahren wir wieder zurück. Wenn das denn jetzt hier richtig ist... Joa. Irgendwo muss hier die Hauptstraße kommen. Dann biegen wir links ab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir biegen ganz schnell links ab. Ne, oder auch nicht. Wir kommen da gar nicht durch. Dann springen wir schnell rüber. Und wieder sprinten. Welchen Helikopter? Also irgendwo fliegt hier einer. Jo, ich sehe ihn. Mhm. Oh, okay. Oh, was? Warte, warte. Scheiße. Der ist hier vorne direkt. Der ist hier vorne schon. Oh, ja. Hört auf, Alter. Ich mache euch sowas von Platz. Okay, okay, okay. Jo, jo, jo. Ich habe ja nichts besseres zu tun, ne? Sind die ausgestiegen? Ich mobs mir das Fahrt. Nein, nicht Hilfe. Oh, Mann, oh. Hör doch mal mit dieser blöden Hilfe auf. Ja. Tut mir leid. Was soll ich denn jetzt machen? Drei grüne Punkte haben wir. Wir fahren zum Ersten. Vereil dich mal. Wir sind hier schon mitten im Kampfgebiet. Ja. Nein. Oh Gott, weg hier. Ach, ja. Schöne Sache. Okay, warte, dann sprinten wir schnell mal rüber. Dann können wir das vielleicht im Tarnmodus regeln. Erst mal hier rein. Oh, ja. Warte, 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 warte. Schieß noch nicht, schieß noch nicht. Ich verstecke mich hier unten. Schnell, schnell verstecken. Okay. Ich glaube, jetzt finden sie das erst mal nicht. Oh, Neil, hör zu. Ich habe nicht vor, das alleine durchzuziehen. Ich brauche Munition. Was hast du? Ja, und Hilfe. Verstärkung. Irgendwas. Da vorne ist ein Boot. Kann das sein? Okay. Ist das hier vorne ein Boot? Was ist denn da so? Ach, das ist ein Helikopter. Oh Gott, oh Gott. Nee. Der soll uns mal nicht entdecken. Aber ich glaube, der hat uns schon im Blick, oder? Also auf jeden Fall ist die Anzeige komplett rot. Haben wir irgendwas zum Abknallen? Das würde ich jetzt richtig gut finden. Ah, oh, da können wir den vielleicht gleich stehlen. Wer schießt denn hier schon? Hallo, wer ballert denn hier? Ja, doch, der Helikopter. Au, 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 au. So, er soll erst mal verduften. Und wir gehen ins Wasser zurück. Komm, 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 runter hier. Wir müssen das anders machen. Ey. Wer ballert da vorne? Was ist das jetzt hier? Was ist das hier? Ja, du, ich kann... Wieso soll ich denn das jetzt hier alleine machen, du? Ich kann mich ja nicht vor allen hier verstecken. Freundchen. Was für ein Restaurant, hä? Also wir... Ich versuche jetzt hier nochmal von der Seite irgendwie ganz heimlich ins Lager zu kommen. Aber die Anzeige ist schon wieder knallrot. Nur es werden kaum Gegner angezeigt. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Also richtig funktioniert die Minimap hier noch nicht. Ja, da vorne fährt einer. Oh, oh Gott. Ja, dann gehen wir jetzt erst mal hier irgendwie. Wir folgen den Krabben. Wer ballert denn? Ach, der immer noch. Wie können wir ihn denn jetzt schrotten? Wo denn? Ah, ich glaube da vorne explodiert gleich was. Das ist ein bisschen daneben, du Vollhonk. Aber wir müssen den Panzer direkt ausschalten. Da gibt es denn hier drin vielleicht irgendwie... Nee. Ich könnte einen Koffer werfen. Vielleicht bringt das was. Ich weiß es nicht. Nehmen wir den hier. Nehmen wir mein Gepäck. Ich will das nicht mehr. Wir sprinten ganz schnell rüber. Okay. Jetzt gibt es kein Zurück. Jetzt gibt es kein Zurück. Ah. Ah. Ja, ach was. Du, ich merke, dass das der aktiv ist. Scheiße. Verstecken, verstecken. Ich brauche hier wirklich mal ganz dringend Verstärkung, Freunde. Also so geht es ja nicht. Habe ich ihn? Nee. Oh, haltet die Guschen. So. Au, 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 au. Hinter... Oh Gott. Ich gucke nur einmal auf die Minikarte und dann kriege ich aber schon Angst. Und da vorne ist schon wieder dieses blöde Fahrzeug. Den da oben halb erledigen. Okay. Ey, shit. Wir sind umzingelt. Wir kommen ja nicht mehr Leben raus. Eine Granate? Wirft die nicht zu uns. Wo sind sie, hä? Okay. Weiter, 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 weiter. Wir gehen da unten erstmal rein. Munition mitnehmen. So. Ab in die Küche. Vielleicht eine kleine Stärkung. Ah, ja. Der nächste Tag kommt. Den haue ich jetzt hier diesen Topf auf den Kopf. Ah. Nee, wie werfe ich den jetzt weg? Oh, nee. Ich greife das Bootshaus an. Geh in Deckung. Mach das. Werden wir verfolgt? Nee. In der Strandbar sind immer noch KVA-Einheiten. Du, die sind hier überall. Besonders dieser blöde Panzer. Kannst du nicht den irgendwie platt machen? Also wir müssen auf jeden Fall da vorne ins Strandhaus. So viel ist sicher. Oh, da kommen noch mehr Truppen. Wartet mal, schnell sprinten. Panzerung. Wir müssen da ganz fix rüber. Lalilu. Wir kommen in Frieden. So, da hinten schießt jemand. Na, komm. Geh drauf. Ja, den haben wir. Schnell aufladen. Wo ist denn der andere? Zeigt euch schnell mal. Dann mache ich euch platt. Ah. Ja, drei Stück. Alle platt, alle platt. Okay. Ah. Alter, verdammter Mist. Warte, warte, warte. Ich sitze hier auch in der Falle. Also von da hinten wird geschossen. Wir gehen hier auch nochmal in die Küche. Die Küche scheint mir überall der sicherste Ort zu sein. So. Einer weniger. Hier muss ja genau noch jemand stehen. Der ist auch erstmal weg. Und jetzt kümmern wir uns um diesen gelben Punkt. Was war denn das? Jetzt werden hier schon Blumentöpfe geworfen. Ha, 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 ha. Ich glaube, den Koffer hier soll ich nicht mitnehmen. Aber irgendwo ist der gelbe Punkt. Hier? Uh. Ah nee, hier finden wir erstmal Munition. Schön. Aua. Jetzt hör doch mal auf. Wenn es immer so verschoben ist, erkenne ich gar nichts. Es muss ja irgendwo... Ja, das habe ich gesucht. So. Aber... Was wird denn jetzt hier noch so grün angezeigt? Ach, ich glaube, das ist jetzt nur dieses Teil, ne? So, da vorne, da hinten wird geschossen. Feuer erwidern. Na, haben wir noch einen? Schön. Der ist weg. Oh, verstecken, verstecken, verstecken. Was ist denn der grüne Punkt hier vorne? Dann sichern Sie die KVA-Basis, neutralisieren Sie die Verstärkung und sichern Sie die KVA-Basis. Okay. Was ist denn den... Was ist denn das hier? Eine Mine? Yeah. Coole Sache. Es gibt Minen. Ja, die Basis ist so gut wie sicher, Freunde. Ihr könnt eigentlich schon kommen. Hier sind doch keiner mehr. Irgendwo hier vorne. Achso, ja. Gut. Wer ballert da hinten? Pass mal auf. Den machen wir jetzt auch Platz. Der geht mir nämlich tierisch auf den Senkel. Ja, du, hier laufen so viele... Soll ich die jetzt alle verfolgen? Ach, da steige ich einfach mal ins Fahrzeug. Das geht doch schneller. Zeigt euch... Wo seid ihr? Wir werden eigentlich noch so viele... Ach, da vorne! Ich dachte, wir wären tot. Da ist noch jemand. So. Da hinten sind zwei Stück. Können wir sie entdecken. Ja, der verkrümelt sich hier. Na los, komm raus. Du, ich laufe da jetzt hinterher. Da habe ich keine Probleme. Was? Haben die auch so einen geilen Anzug? Nee. Die hauen er hier ab. Ja, ja, ja. Verschwindet mal. Schön. Aber... Zwei leben noch. Wart, wart, wart. Wo ist er? Wo? Okay. Und der letzte? Oh Mann, einer konnte fliehen. Drei Bandits in Sicht. Kurs 150. Höhe 25. Vier 50 rechts. Sie haben mich. Leite Gegenmaßnahmen ein. Einer recht, Bob. Komm schon, komm schon. Das sieht nicht gut aus. Das gelingt dir aber nicht. Ach ja. Scheiße. Sierra 2 hat zerwischt. Ich wiederhole. Sierra 2 hat zerwischt. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Vielen Dank.